Ja, warte, es läuft. Was ist das denn? Dead Cells, findest du es nicht? Nö, was soll das sein? Es ist so ein 2D... Roguelike... Plattformspiel, keine Ahnung. Das sieht es mir so aus. Der kalt das aus dem Spiel, ich denke. Die Dead Cells 2 war auch... Also Dead Cells gilt als Sechflug Roguelike. Generell, keine Ahnung, viel sagen. Das ist der beste Spiel. Geht das Castlevania? Ist das Castlevania? Nein, keine Ahnung. Vielleicht ist es einfach so eine Animation, Digga. Das ist doch Castlevania Dracula, Digga. Ja, ja, genau, ja. Das ist doch Castlevania. Das ist doch Castlevania. Kannst du wieder jetzt sehen, Alter. Return to Castlevania, sag ich doch. Return to Castlevania, sag ich doch. Wahnsinn. Wahnsinn. Ehrlich? Siehst du doch. Wenn du schon dann wieder Ahnung... Boom. ... ... ...